Leuchtende Augen, das Wohlbefinden einer warmen Mahlzeit, ein lodender Waldbrand. Feuer durchzieht die zeitgenössische Kunst als treibende Kraft. Von einem zündenden Gedankenfunken bis zur explosiven Erneuerung prägt Feuer die skulpturale Praxis und agiert als formgebendes Element. Maskiert als Sonnenkraft beteiligt es sich an der Entstehung von Fotogrammen und anderen fotografischen Techniken. Sein Schatten in Form von Ruß und Rauch integriert sich in prozessbasierte, abstrakte Kunstwerke, während seine Präsenz Holz in Kohle verwandelt und Zeichnungen ermöglicht. Die reinigende Kraft des Feuers befreit von Altlasten, doch seine Zerstörungswut kann Artefakte und Existenzen vernichten. Willentlich oder unwillentlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017